Möchtest du etwas in der Welt verändern? Fragst du dich auch, wie wir weltweit Frieden sichern können? Wie wir Menschenrechte stärken und wie wir das Klima besser schützen? Es gibt viel zu tun. Wir stehen vor vielen globalen Herausforderungen. Aber wie gehen wir all diese großen Ziele an? Am besten gemeinsam. Es ist wichtig, dass jeder Mensch verantwortungsbewusst handelt. Dass wir anderen mit Respekt begegnen, mit ihnen zusammenarbeiten und unsere Erfahrungen und Ideen dann mit vielen Menschen teilen. Noch besser, mit allen Menschen. Genau das machen auch die Vereinten Nationen. Sie fördern die Zusammenarbeit aller Staaten, um Konflikte zu lösen und Frieden zu sichern, Menschenrechte zu stärken und nachhaltige Entwicklung voranzutreiben. Und auch du kannst ein Teil davon sein. Als Verein mit über 2000 Mitgliedern bietet die Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen, kurz DGVN, dir ein Netzwerk für UN-Politik sowie viele Möglichkeiten, die Weltorganisation besser kennenzulernen und selbst aktiv zu werden. Wir als DGVN informieren und geben unter anderem die einzige deutschsprachige Fachzeitschrift zu den Vereinten Nationen heraus. Wir laden zur Diskussion über die Themen der Vereinten Nationen. Jedes Jahr mit über 100 Veranstaltungen und Aktivitäten. Bundesweit. Bei uns engagieren sich viele Menschen. Junge Freiwillige bringen zum Beispiel die UN ins Klassenzimmer. Gemeinsam engagieren wir uns für eine aktive UN-Politik für starke Vereinte Nationen. Nur gemeinsam lösen wir die globalen Herausforderungen. Nur gemeinsam können wir etwas verändern. Nur gemeinsam schaffen wir eine bessere Welt. Mach mit!